In diesem Video wird geschaut, durch welchen Block man als Einpixelspieler passt. Originalvideo ist in der Beschreibung verlinkt. Durch Eisengitter kann man auf jeden Fall nicht laufen. Wie sieht es allerdings bei einer Kette aus? Kommt man vielleicht da durch? Und auch da kommt man nicht als Einpixelspieler durch. Können wir vielleicht durch einen Zaun laufen? Und durch einen Zaun kann man ebenfalls nicht kommen. Wie sieht es bei zwei Honigblöcken aus, wenn man dazwischen geht? Und das funktioniert tatsächlich. Also kommt man anscheinend nur durch den Honigblock.